Chagall Academica TR620L. Ein Modell mit etwas größerem Schallstück, 127 mm Durchmesser. Das Mundrohr und das Schallstück sind das Goldmessing, die Ventile natürlich hervorragend in der Qualität, Monil Ventile und der Klang und die Stimmung dieses Instruments sind sehr gut. Man kann darauf symphonische spielen, man kann auch in der Big Band wunderbar über den ganzen Klangkörper rüber strahlen oder auch im Ensemble brillieren. Also ein hervorragendes Instrument zu einem unschlagbar günstigen Preis für Semiprofis, Amateure, Anfänger, für alle eigentlich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020